Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Vielen Dank. Ja, hier stehen wir bei den Pschewalski-Pferden. Das ist ein Paradebeispiel, warum es wichtig ist, dass es Zoos gibt mit ihren Artenschutzanstrengungen, Stichwort Arche. Diese Wildpferdeart war in der freien Wildbahn de facto ausgestorben, die gab es nicht mehr. Und dadurch, dass Zoos, angeführt vom Kölner Zoo, eben diese Art gezüchtet haben, Reservepopulationen in Menschenhand hatten und die dann auch wieder ausgewildert haben, können wir heute in der Mongolei, in China und auch in Ungarn wieder auf lebensfähige Wildbestände blicken. Das ist was ganz Tolles, was uns sehr, sehr freut. Das ist in den 80er Jahren hier von Köln aus angestoßen worden und ist, wie gesagt, eines der Beispiele, was Zoos leisten für den Artenschutz. Da hinten sehen wir die kleine Fiona, ein Jungtier aus diesem Frühjahr. Ein Stutfohlen, geht sehr gut, trinkt gut, ist sehr aktiv und wir freuen uns, dass Fiona hier den Kölner Zoo bereichert. Also es werden regelmäßig auch aus Köln immer wieder Tiere auch zur Verfügung gestellt. Ja, da gibt es jetzt noch keinen Zeitpunkt, die ist ja noch klein. Die Gruppe muss zusammenfinden. Aber diese Auswilderungsarbeit, die wird weitergehen, solange man eben die Wildbestände auch immer wieder stärken muss. Ja, da gibt es jetzt noch keinen Zeitpunkt. Ja, da gibt es jetzt noch keinen Zeitpunkt. Ja, da gibt es jetzt noch keinen Zeitpunkt. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut auch mal in unsere Playlist über den Kölner Zoo.